So weiter geht's in Cuphead und zwar Baronesse von Bun von Bonbon Keks Konfetti normal let's go Ich bin gespannt was der Boss spielt und welche Waffen habe ich dabei den und den okay Ich glaube hier ist der Dodge ganz gut Da kommt das nächstes die holte er mal so ein paar gegner aus er Okay treffe ich ihn überhaupt damit mit dem scheiß was hat mich das getroffen How did that hit me Er ist auch noch dabei Okay die Gegner gehen schnell kaputt Okay Weg mit dir du Schmutz toll du Piss dich Kopp Barst du fliegt jetzt fest nicht so weit der Scheißdreck Barst du ist schon tot Lol Ja gut das war first try Eine Minute dreißig Festlich Gut Na dann Geht's weiter im Text Oh da oben ist ein Rein and Gun Level Ja das machen wir doch Aber erstmal Endlich ich dachte schon ich würde nie wieder jemand lebendiges sehen ich habe mich auf der Münchsuche verlaufen dank des verdammten Casinos hat heute sogar keiner mehr Geld für den Friseur Ich sollte lieber wieder zurück zu meinen Kompels dem Quartett Genau den haben wir gesucht gehabt Für die da Jetzt sind die wieder zu viert Oh ihr habt es geschafft wir sind wieder ein Quartett Mann ihr müsst euch bei der Durch ja den Hakenwind gelaufen haben Wir können euch gar nicht genug gedanken Lass uns mit einem Leid feiern Bereit Jungs los Brüder So what are you waiting for Why not take a quick break Alle dir Können wir uns immer wieder anhören gehen Ähm jetzt geht's aber weiter Wollen wir erst das try and gun level machen Ah ja ja Wir machen so ein gun oder hitziger Jahrmarkt Oh ne ich glaube ich weiß nicht das level das ist es oder Wrenne ich mich an das Oh ja Das ist auch richtig scheiße Das ist richtig scheiße Vertraut mir Äh ich hab einen Perry gemacht Okay nochmal neu nochmal neu nochmal neu Alter die platzen auch wirklich so richtig scheiße Wir schmeißen so viele Projektile Am besten wär's gar nicht zu schießen Ne Zumindest solange ich in dieser Komischen Hacke bin Ja wenn ich die töte werden die noch schneller Ja auch gut zu wissen Okay was ist das für ein Schwachsinn Okay wenn ich die ganze Zeit so mach Können sie mich nicht treffen Ne Muss ich aber doch runter Ah Okay das coole ist Die wandert nicht so Wie kann ich nach unten schießen Ich muss die gar nicht killen Oh lol ich muss die ja gar nicht killen Ich kann einfach durchlaufen Ach kacki 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 Na gut Okay 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 Jetzt bin ich wach Let's go Nein bin ich nicht Feuern Nicht schießen Wenn wir da drin sind Und nicht springen hinter das Band So Jetzt nicht Okay komm Komm her Du blödes Teil Ja Okay nice Jetzt schießen wir aber wieder Okay jetzt kill den Spaten Dann ist er nämlich nicht so hoch Okay Okay wenn ich jetzt hier direkt so spam Können die nix machen ne Ne und da kann ich auch oben drüber springen oder Ja Okay Einfach zack 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 Okay man ist nicht Insta tot Wenigstens Okay nice Weg damit Okay weiter geht's Lol ich bin in das Ding reingedenkst Ach man Ja das Level ist aber auch scheiße Das Level ist aber auch kacke Okay Okay weiter Okay Komm her Ich kann ja einfach durch die Wände ne Ne kann ich nicht Okay gut Hat doch gut geklappt Okay Gut 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 Okay zack 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 Und durch Ja okay Digger Verpisst euch Ja okay Diggi Also das Level ist aber auch wirklich scheiße Ich hasse Run and Gun Habe ich das schon mal gesagt? Dass die Run and Gun Level einfach absoluter Unfug sind Ja komm deine blöde Verpisst dich jetzt Geh mir hier und sag Und ist es die Mucke gut Jetzt verpisst dich du blödes Drückkacke So So Jetzt wieder Run and Gun Okay Zack Gut Vielleicht eher den hier verwenden Wenn wir weit weg sind Okay Weil die schießen Okay es reicht aber auch so Schießen dann nicht Okay weg damit Erstmal gucken dass wir oben safe sind Und jetzt zack 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 Okay Schießen 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 Zack 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 Okay es macht so viel Damage dieser Boomerang Kann das sein dass die Waffe so broke ist? Ja anscheinend schon Anscheinend schon What the hell Wie habe ich das gedodged? Lol Okay zack 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 Okay da kriegt richtig viel Damage Jetzt fehlt uns irgendwie noch eine Münze Irgendwie Eigentlich Ohne Hit Ist das schon irgendwie wild? Alter ohne Hit? Okay ich sollte mein Maul nicht so hart aufnehmen Aufmachen Jetzt fick ich ihn weg Jawohl Echt ohne Hit haben wir alle Coins Wenn nicht, ist nicht so schlimm So, dann würde ich aber sagen So, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder Ciao, ciao Ciao